Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge und wir sind aus dem Krankenhaus zurück und sie verpflegt gerade schon das Kind und der Alltag geht erstmal ein bisschen weiter. Die Kids kommen bald nach Hause, das heißt, ich glaube, eventuell könnten schon Kinder gealtert werden. Könnte, könnte. Ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher. Aber solange sie jetzt erstmal nicht schwanger ist, könnte sie einfach mal joggen gehen. Wie wär's denn? Ich glaube, das tut ihr ganz gut. Und wie wir ja schon öfter gesagt haben, fühlt sie sich ja wahrscheinlich nicht so wo gerade in ihrem Körper. Und deswegen wird sie jetzt einfach mal ein bisschen joggen gehen. Und was macht ihr kleinen Süßen so? Könnt ihr irgendwas tun für eure Fähigkeiten? Was braucht ihr denn noch so? So, du spielst, achso, du kannst doch nicht mit denen spielen. Dann kannst du dir auch einfach ein Tablet nehmen und Simshape spielen. Und du, äh, du könntest einfach ein bisschen mit den Puppen spielen. Wir sind hier bestens versorgt einfach. Hey, du solltest joggen gehen, Girl. Was ist denn mit dir? Geh joggen. Energie geladen joggen. Stattdessen spielt sie Sims Forever mit Motz. Das funktioniert so nicht. Let's go. Joggen. Warum kann sie nicht joggen gehen? Geh joggen. So, jetzt hat sie sich umgezogen. Sehr schön. Dann mach mal. Hey, warum hört sie immer auf zu joggen? Sie zieht sich immer um und dann hört sie auf zu laufen. Äh, alles klar. Ich hinterfrage einfach gar nichts. Ich hatte mir übrigens gedacht, dass wir vielleicht einen Schachtisch kaufen und den hier so hinstellen. Weil ich glaube, die Kiddos, äh, für die wäre das eigentlich ganz sweet, wenn die so zusammen Schach spielen können oder sowas. I don't know. Irgendwie, finde ich, passt das. Weil die lernen ja auch eine Fähigkeit. Und you know so. Und die haben Interaktion mit sich so gegenseitig. Deswegen nehmen wir einfach den weißen hier. Wir stellen den dann hier so hin. Und dann stellen wir da Stühle dran. So welche hier. So, dann können die da zusammen spielen. Wäre doch cool. Okay, sie kann anscheinend nicht joggen gehen. Wir könnten vielleicht ein Laufband kaufen für sie. Aber wo stellen wir das hin? Das ist halt so die Frage immer, ne? Weil gerade haben wir eigentlich nicht so einen Ort, wo man sich so denkt, ja, da könnte man das hinstellen. Weil eigentlich wäre das schon ganz sweet, wenn sie halt dann da wenigstens dort joggen könnte. Ich meine, ich kann sie auch einfach mal resetten. Vielleicht funktioniert es ja dann. Aber es ist schon ganz schön weird. Nö. Geht nicht. Last Exception. Hm. Dann, äh, kaufe ich das erstmal und stelle es erstmal hier so hin oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir haben einfach nicht so den Platz gerade dafür. Aber, äh, ich kaufe einfach mal eins. Ein Laufband. Ich stelle es einfach erstmal hier hin. Dann verlässt sie wenigstens auch das Grundstück nicht. Hä. So. Wenn das wenigstens funktioniert, wäre ja schön, ne? Funktioniert wenigstens das. Scheint so. Das ist schön. Oh, es gibt auf jeden Fall ein Schulprojekt. Das ist schön. Gute Noten. Gute Noten. Etwas mitgehen lassen. Gute Noten. Huhuhu. Dann gucken wir mal. Einserschüler. 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 Yay. Drei Geburtstage also. Und zwei Kinder ziehen aus. Aber die Projekte behalte ich natürlich. Ich tue sie einfach mal in den Vorgarten. Und das Buch, was sie gestohlen hat, das verkaufe ich auch wieder. So, dann muss sie aber, glaube ich, einen neuen Kuchen backen, weil der ist ja angefressen gewesen, ne? Da war ja was. Aber da sind noch Kerzen drauf, deswegen kann wenigstens einer die auspusten. Dann muss sie ihr Training auf jeden Fall erstmal beenden. Und dann kocht sie einen leckeren Schokokuchen. So, und du bläst die jetzt erstmal aus oder probierst die Glasur. Das ist auch okay. So, und er hat Geburtstag. Und ist nur ein Erwachsener. Und er ist ein Kunstliebhaber. Das ist schön. So, da können wir jetzt keine Kerzen mehr draufsetzen. Das ist ein bisschen traurig. Aber die kommen dann erstmal da rein wieder. Dann warten wir auf den Kuchen. Was? 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 Ist das gerade wirklich passiert? Das kann nicht sein. Kannst du bitte flehen? Bitte, 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 bitte. Oh nein. Ich will nicht, dass ein Kind stirbt. Bitte, flieh. Ich glaube, es hat nicht funktioniert. Colin ist von uns gegangen, nachdem das Leidenschaft des Flehen von Elodie beim Sensenmann auf Tabo Ohren gestoßen ist. Oh, wie behindert. Oh Mann. Kannst du ihm jetzt so einen Grabstein machen, bitte? Ich tue ihn einfach. Ich möchte eigentlich nicht den Geist hier rumfliegen haben. Deswegen werde ich ihn erstmal hier reinpacken in das Inventar. Oh, wie behindert, ey. Naja. Dinge passieren. So, sie wird auch älter, ne? Deswegen, äh, macht sie das dann mal eben. So, und sie ist ein Geek. Und sie fügt nochmal Kerzen hinzu, weil sie hat auch gute Noten und deswegen, wow. Ich hätte nie erwartet, dass das passiert in diesem Let's Play, ne? Jetzt ohne Scheiß. So, und sie, äh, ist auf jeden Fall Katzenfreundin. Okay, äh, ich habe Randomize und es ist das hier. Ich lasse das jetzt nämlich einfach mit Google Randomize und es sagt eins. Okay, dann ist sie jetzt Freundin der Welt. Und sie macht da Geburtstagskatzen. Und wir werden einfach mal jemanden einladen. Hatten wir nicht Salem oder so? Salem Benali oder wie der heißt. Den könnte man doch einfach mal nehmen. Oder wir nehmen Nobuya, das ist der Arzt. Oder wir nehmen Justin Delgado, das wäre auch... Oder Joey. Wir kennen ganz schön viele Typen gerade, ne? Mit dem wir noch nicht hatten. Wir nehmen einfach mal Salem. Wir laden den mal ein, hierher zu kommen. Aber erstmal geben wir ihnen den Greatest Sim mit ihr. So, wir laden jetzt Salem ein. Damit wir halt ein Kind mit ihm vielleicht machen können. So, ich glaube der Grim Reaper ist jetzt erstmal weg. Nö, er liest ein Buch. Wer kennt es nicht? Aber Christine ist auf jeden Fall beautiful. So, ich hab Salem hier. Und wir bitten ihn erstmal herein. Warum setzt ihr euch hin? Okay, er mag uns auf jeden Fall. Das ist schön. Aufreizen, posieren. Das kennen wir ja schon alles, ne? Oh yes. Können den ersten Kurs erleben. Und es kam wieder die Musik. Yes. So, und dann können wir ein Baby machen. Also es ist halt gut, dass die Trauer sie halt zumindest nicht so krass einnimmt. Weil sie halt viele andere gute Moodlets hat. Aber ist ja trotzdem immer ein bisschen doof, ne? Er sagt, ja, das ist gut. So. Wo macht ihr denn euer Baby? Wollt ihr einfach nur ins Bettchen gehen? Kind schreit erstmal. Das ist ein gutes Techtelmöchel auf jeden Fall. So, und sie macht dann auch geschwind einen Schwangerschaftstest. Sie ist nicht schwanger. Dann versuchen wir es nochmal. Seine Schlafkleidung ist einfach so ugly, ne? Okay, er muss jetzt los. Wir müssen jetzt einfach schwanger sein. Come on, girl. Jawoll. Sehr schön. Kann sie auch erstmal ein bisschen duschen. Dann kann sie auch schlafen gehen. Alle weinen einfach im Schlaf. Das ist voll schlimm, ey. Mann, es ist so behindert. Warum musste das passieren? Oh, Mann. Er heult sich erstmal aus, damit er nicht ganz so traurig zur Schule gehen muss. Und ich kann es definitiv verstehen. Du bist nur zwei Kinder zur Schule, Alter. Ich fühle mich wieder in so einem Mini-Haushalt, ey. Ja, sie kann ja ihren Namejob fortsetzen. Sie hat ja was angefangen gehabt. Da kümmert sie sich jetzt erstmal drum. Bald ist Liebestag. Uiuiui. Aber ich glaube, da sind wir noch schwanger. Deswegen ist das ein bisschen kritisch, aber... So, und ihr beiden geht jetzt traurig zur Schule. Oh, die tun mir so leid, ne? Och, Manu. Äh, gibt wahrscheinlich Geschenke. Ein paar. Ich glaube, by the way, dass es ein bisschen klüger wäre, wenn der so stehen würde. Mittlerweile. Weil, naja. Wenn man halt... Ich glaube, das macht mehr Sinn, wenn man dann so da rumtanzen kann. I don't know. Deswegen habe ich jetzt da vertreten. Wir verdienen noch 2812. Wow. 332 für den einen Job. Das ist okay, auf jeden Fall. Ey, wenn wir jetzt Zwillinge kriegen, ne? Dann gibt es ein Makeover für sie. Oh mein Gott. Das wäre schön. Das ist das einzige Positive aus dieser Folge. Was wir hier entnehmen können. Ich meine, wir kriegen die Kinder noch nicht diese Folge, aber... Einfach diese Hoffnung, dass es passiert, damit wir bald ein Makeover für sie geben können, wäre halt schon geil, ne? Als Kind lasse ein Mittwoch, Alter, ne? Ich weiß nicht, ob es Montag geboren wurde. Ehrlich gesagt. Aber ich glaube, ich habe Montag angefangen zu spielen, diesen Part. Deswegen machen wir es einfach so. Äh, ja. Wird schon passen. Oh, jetzt ist sie auch gerade traurig. Bibi. Ich meine, es ist ihr Kind, ne? Sie hat vielleicht viele Kinder, aber sie hat halt alle lieb. Und man sieht es auch. Oh, Bibi. Sie hat schon wieder was mitgehen lassen. Wow. Ihr seid doch hier nie, ey. Okay, sie kann sogar trainieren gehen in dem Stadium, wo sie schwanger ist. Das ist schön. Dann macht sie das einfach mal. Dann lenkt sie sich auch ein bisschen ab von dem, dass halt einfach ihr Kind gestorben ist. Hm. Sie steigt gleich ein Level in Fitness. Juhu. Level 3. Sie kann jetzt schneller schwimmen. Das ist cool. Das Badezimmer hier hinten fällt einfach auseinander. Das muss ich dann mal kurz reparieren, ne? Ach. Was machen diese Kinder? Okay, sie hat ihr Projekt abgeschlossen. Das ist sehr, sehr schön. Also zu... Hä? Warum wurde ihr das hier angezeigt, dass es zu Ende ist? Aber sie ist noch voll dabei. Girl. Bibi, was machst du mit mir? Jetzt ist es vorbei. Juhu. Erst mal verkaufen. So. Und Mutti kocht am besten einfach mal Frühstück. Frühstück servieren. Und dann macht sie einfach, äh, Omelette. Dann lassen wir auch gleich das Kind hier altern. Älter werden. Genau. Fabian ist älter geworden. Er ist ein Charmeur. So, Fabian. Wir müssen mit dir in den Creative Sim gehen. Aber erst mal verkaufen wir dein Bett. Also gehen wir wieder traurig zur Schule. Ach, Mann. Aber bald ist die Trauer auch vorbei. Sie kann auf dem Laufbahn anscheinend trotzdem laufen, auch wenn sie jetzt so joggen nicht kann. Es macht nicht so viel Sinn. Aber, äh, naja, immerhin kann sie jetzt halt auch trainieren, auch wenn sie schwanger ist. Ich akzeptiere es einfach. Die drei sind so süß einfach. Die spielen jetzt hier so in Ruhe. Ja, Cuties, ey. Oh, sie hat noch Sachen, die sie verkaufen kann. Ups. Oh, hier sind Hausaufgaben. Nutziges Geschirr, super. Und ach, Teller. Nutziges Geschirr können wir aber auch quasi verkaufen. Deswegen ist das okay. Who the fuck is Tyler? Aber sie quatscht einfach mit ihm. Das ist okay. Oh, Post. Nee. Yay. Noch mehr Zeug zum Verkaufen. Die zwei beiden sind auch kurz davor, überall Level 3 zu erreichen. Aber ich glaube, sie kriegen das ganz knapp erst in der nächsten Folge hin. Aber es ist schon okay, denke ich. Gute Noten. Sehr schön. Aber nur, in Anführungszeichen, auf Zweierschüler. Aber es ist schon okay. Du bist Level 3 jetzt. Das heißt, du musst nur noch einmal kurz ein bisschen Dingens. Ich glaube, die schaffen das doch noch. Aber es ist okay. Ich glaube, denen gebe ich einfach mal das Makeover dann offscreen. Weil das Makeover ist halt auch nicht so wichtig. Und ja, wir sparen ja ein bisschen Zeit. So, you know. Sie hat auf jeden Fall schon ein bisschen abgenommen. Das ist schön. Earl hat Level 3 erreicht. Das heißt, er ist überall Level 3. Cool. Dann können wir schon mal den Cake da hinstellen. Dann sagen wir, Mami, hallo. Einmal bitte helfen, Kerzen auszublasen. Für Earl heißt der Earl. Geht noch ein bisschen für Layla. Ja, sie ist auf jeden Fall ein bisschen schlanker geworden. Aber man sieht das direkt. Aber schön. So, sie hat jetzt auch schon Level 3 darin. Das heißt, sie legt das kurz weg. Und dann muss die Earl noch mal ein bisschen Bewegung lernen. Aber dann ist sie auch... Das mache ich jetzt auch noch in dem Part fertig. Dann mache ich offscreen. Dann werde ich ein Makeover für die beiden geben. Er hat blaue Haare. Kannst du bitte Kerzen hinzufügen? Er wird keine blauen Haare haben. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Er wird definitiv keine blauen Haare haben. Das fände ich nämlich ein bisschen weird. To be honest. Das ist aber okay. Noch ein bisschen. Los, girl. Du schaffst das noch. Ich glaube, sie hat es geschafft. Jo. Dann hört sie jetzt bitte auf damit. Und dann helfen Kerzen auszublasen für Layla. Hallöchen. So, super. Zwei. Also ein mentales Kind. Dann bitte Geburtstagskerzen hinzufügen. Oh, sie hat so schöne Haare. Beauty. Dann werde ich einfach seine Haare auch schwarz machen. Weil die sind ja Zwillinge, you know. Und dann passt das, glaube ich, besser. Und wir beenden jetzt einfach hier. Weil... Ne und so. Und wir haben jetzt Nacht. Das heißt, wir können mal wieder dann die Nacht überspringen. Und dann fangen wir wieder morgens an. Denn das ist auch schon ein paar Parts her, dass wir das mal wieder so gemacht haben. Aber es ist schön, weil es alte Rituale aufgreift. Es ist sehr wichtig. Ich mache jetzt das Makeover noch für die zwei süßen Kinder. Und dann seht ihr im nächsten Part, wie das dann alles aussieht. Und wie das alles so war. Und so. I don't know. Es ist ein Kind gestorben. Es ist ein bisschen behindert. Aber Dinge passieren nun mal leider. Da konnte ich jetzt nicht so viel gegen tun. Aber wir akzeptieren das jetzt einfach mal. Es sollte anscheinend einfach so sein. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss.